Ich muss dich warnen, ich bin nicht auf der Suche nach einer dauerhaften Beziehung. Das ist gut, ich nämlich auch nicht. Ich will nur eins. Raus aus dem Sonnensystem. Es gibt da noch ein paar Fragen zu meinem Bruder, denen ich nachgehen möchte. Vielleicht kann ich dir helfen, ihn zu finden. Ja. Ja, gut möglich, dass du das kannst. Wow. Ganz schön heiß hier drin. Ich gebe dir morgen die Koordinaten. Melissa, meine... meine Lippen sind schon wieder trocken. Da müssen... mir gleich etwas dagegen unternehmen. Du solltest jetzt schlafen gehen. Wir müssen morgen sehr früh los. Ja. Weißt du etwa nicht mehr, worüber wir vorhin redeten? Über dauerhafte Beziehungen, meinst du das? Nein. Dass Frauen nicht im Dunkeln allein sein sollten. mich anicer... Ja. Wir brauchen...